Ein ganz herzliches Willkommen heute wieder bei unserem Mitzing-Film. Seid willkommen. Wir singen heute ein wunderschönes Rainbow-Lied, Quelle unbekannt, wir wissen nicht von wem dieses Lied stammt, aber wunderschön. Es heißt I am the light, I spread my wings, and the wind take a flight. I am the spirit, I am the light. Und ein Lied, wo uns wieder einmal daran erinnern kann, dass wir eingebettet sind in etwas Größeres, dass wir verbunden sind mit dem umfassenden, transpersonalen Sein, also das, was über unsere Person hinausgeht. Und ich denke, dass das auch gerade in so einer Zeit wie jetzt wichtig ist, dass wir uns immer wieder daran erinnern, dass es noch etwas gibt, was größer ist, was über uns hinausgeht und auch über die ganzen Katastrophen und Schreckensmeldungen und dass wir getragen sind von dieser universellen Liebe. I am the light. I am the light. I am the light. I spread my wings on the wind, take a flight. I am the light. 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 I spread my wings on the wind, take a flight. I am the light. I am the light. I am the light. I am the light I am the light I spread my wings on the wind Take a flight I am the spirit I am the light 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 I spread my wings on the wind Take and fly I am the Spirit I am the light 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 I spread my wings on the wind Take and fly I am the Spirit I am the light I am the light I am the light I am the light I am the Lord I am the light 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 I spread my wings on the wind Take a flight I am the spirit I am the light 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 I spread my wings on the wind Take a flight I am the spirit I am the light 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 seid oder wenn ihr Mitglied in unserem Kanal werden wollt, könnt ihr das alles finden dort und euch informieren. Ja. Schon irgendwas noch, was wir mitteilen möchten. Habt eine gute Zeit und wenn ihr fliegt, landet gut und manchmal ist es auch interessant zu fliegen und zu schauen, was man selbst unten da eigentlich so macht. Jedenfalls sagte das heute beim Frühstück ein Bekannter. Wir kennen das, Dinge aus der Vogelperspektive zu sehen und ja, lasst euch überraschen bei dem, was ihr tut und ich habe mir so vorgestellt, wenn ich fliege, dann verlasse ich mich auf den Wind, vielleicht als Vogel und ich habe unglaublich gute Augen und ich bin ganz leicht und ja, habe auch meinen Bereich, wo ich zu Hause bin, man sagt auch dazu Revier, aber vielleicht fliegen manche Vögel auch ein Stückchen weiter, entdecken Neues und das mit Leichtigkeit, das wünsche wünsche ich euch immer auch ein bisschen Mut beim Fliegen und dann wieder gut landen, zu wissen, was es braucht, um gut zu landen. Ja, eine gute Zeit. Tschüss zusammen. Ciao.